Eine kieferorthopadische Behandlung bietet zahlreiche Vorteile, die A1 Viertel BER die reine asthetische Verbesserung des Latschellens hinausgehen. In diesem Video werden einige der wichtigsten Vorteile einer kieferorthopadischen Behandlung nachher erlautert. 1. Verbesserte Zahn- und Kiefergesundheit. Eine kieferorthopadische Behandlung kann dazu beitragen, die allgemeine Gesundheit von Zahninen und Kiefern zu verbessern. Durch die Korrektur von Fehlstellungen kann in Probleme wie Caries, Zahnfleischerkrankungen und Zahnabnutzung vermieden werden. Eine gesunde Bisposition FA erdert auch die korrekte Kieferfunktion und kann so Beschwerden wie Kiefergelenkschmerzen oder Kopfschmerzen reduzieren. 2. Verbesserte Sprachentwicklung. Fehlstellungen im Kiefer kann in die Sprachentwicklung beeinträchtigen, da sie die Art und Weise beeinflussen, wie Zunge, Zahni und Lippen zusammenarbeiten, um bestimmte Laute zu bilden. Durch eine kieferorthopadische Behandlung kann in diese Fehlstellungen korrigiert werden, was zu einer verbesserten Aussprache und Werstandlichkeit FA ein Viertel rennen kann. 3. Verbessertes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefahr ein Viertel HL. Eine gerade und scheinlaschellende Zahnreihe kann das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefahr ein Viertel HL einer Person erheblich steigern. Oftmals FA ein Viertel nennt sich Menschen mit Fehlstellungen in ihrem Gebiss unsicher und vermeiden es, zu Latschellen oder offen zu sprechen. Durch eine kieferorthopadische Behandlung kann in diese Unsicherheiten behoben werden, was zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein und einem positiven Selbstbild FA ein Viertel rennen kann. 4. Verbesserte Kau- und Verdauungsfunktion. Eine gesunde Bisposition ist entscheidend FA ein Viertel eher eine korrekte Kaubewegung und Verdauungsfunktion. Fehlstellungen im Kieferkanin zu Problemen beim Zerkleinern von Nahrung und der Aufnahme von Nahrstoffen FA ein Viertel rennen. Eine kieferorthopadische Behandlung kann diese Probleme beheben und so zu einer verbesserten Kau- und Verdauungsfunktion beitragen. 5. Langfristige Kosteneinsparungen. Obwohl eine kieferorthopadische Behandlung zu einer CHST mit Kosten verbunden ist, kann sie langfristig zu Kosteneinsparungen FA ein Viertel rennen. Durch die Vermeidung von Zahnschaden, Karies oder anderen Zahnproblemen kann ihnen teure zahnarztliche Behandlungen vermieden werden. Eine rechtzeitige kieferorthopadische Behandlung kann also dazu beitragen, langfristig Geld zu sparen. 6. Verbesserte Allgemeingesundheit. Eine gesunde Mundgesundheit ist in mit der allgemeinen Gesundheit des KAPs verbunden. Bakterielle Infektionen im Mundraum kann ihnen sich auf den gesamten KAP auswirken und das Risiko FA ein Viertel eher Herzkrankheiten, Diabetes und andere Erkrankungen erhören. Durch eine kieferorthopadische Behandlung kann ihnen diese Risiken reduziert und die allgemeine Gesundheit des KAPs verbessert werden. Insgesamt bietet eine kieferorthopadische Behandlung also eine Vielzahl von Vorteilen, die a ein Viertel BER die rein kosmetischen Aspekte hinausgehen. Von der Verbesserung der Mundgesundheit und KAU und Verdauungsfunktion bis hin zur Steigerung des Selbstbewusstseins und Selbstwertgefahr ein Viertel HEILES kann eine kieferorthopadische Behandlung einen positiven Einfluss auf das Leben eines Menschen haben. Es lohnt sich also, fra ein Viertel zeitig a ein Viertel BER eine kieferorthopadische Behandlung nachzudenken und die langfristigen Vorteile in Betracht zu ziehen.